Am Ende wünscht sich jeder ein Happy End. Ich will keinen einzigen Tag mehr nicht mit dir verheiratet sein. Aber es wird ein dramatischer Kampf. Ich will also bei dem Eingriff mein Gedächtnis verlieren? Du lässt mich hier nicht allein. Ich werde bei der Army Sanitätsoffizierten. Was? Dieses Finale Du bist ein Dater. Ich freue mich so. Übertrifft all deine Erwartungen. Und was soll ich jetzt bitte tun? Sie wird gesund werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Grey's Anatomy das große Staffelfinale nächsten Mittwoch 20.15 Uhr pro 7.